Der X6 Schankbalken mit Cocktailmodul ist eines der innovativsten Erfindungen aus unserem Haus. Wir haben die neueste Ventiltechnik verbaut, dazu ein patentiertes Hygienesystem, abgerundet in einem schlanken Design, zeitlos und fügt sich in jede Umgebung. Durch Anmelden des Kellners wird die Oberfläche freigeschalten und man kann sich den gewünschten Cocktail auswählen. Er wird automatisch gezapft und um der Hygiene gerecht zu werden, haben wir einen patentierten Adapter entwickelt, welcher nur angehalten wird. Das System spült sich sowohl von unten als auch von oben.